Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zur Widermond-Energie. Haben wir heute den Halbmond drin, morgen sind wir auch noch in dem Widderbond und dementsprechend haben wir als Tagesenergie 28 und 6 ist 34 und morgen die 35. Wir haben immer noch das Haschtaro im Angebot hier. Also geh in die Stille, ja, dann merkst du, wie sich Gefühle verändern und merkst du auch, ob du an dieser veränderten Gefühlslage, ja, ob du dich damit verankern willst, ob du daran festhalten willst oder ob das dann doch zur Klospülung gehört. Also das ist ja auch geil. Ja, also wir haben Halbmond, ihr wisst, mit Halbmond haben wir die zwei Gesichter, Schatten und Licht, ja, und wenn du jetzt in die Stille gehst, dann merkst du genau, was willst du aussortieren und was nicht, ja, was soll hier weiter fließen und woran willst du festhalten, ja, und was darf gerne, ja, die Toilette runtergespült werden, ne. Habt ihr in allen Bereichen, ne, das sind hier finanzielle Veränderungen, die einem zeigen, will ich an etwas Bestimmtes festhalten oder nicht, ne. Das sind, also ist hier so die schwankende Finanzsituation, ja, es sind Veränderungen im Gefühlsbereich, ne, die einem aufzeigen, will ich hier mich weiter verankern oder nicht. Es sind halt gefühlt Schwankungen, ja, die haben wir mit dem Halbmond sowieso immer, ja, da haben wir immer das Nein und das Ja, entweder als inneren Kritiker, ja, starke innere Zweifel, ne, Diskussionen oder halt auch im Außen, ne. Es ist halt, dann hat man immer so eine gewissende, hier emotionale Schwankung, ja, da hat man so Gefühlsschwankungen, ne, ist emotional instabil, also launenhaft, ja. Ja. Gut, dann gucken wir rein. Wissen wir schon mal, damit steigen wir ins Wochenende ein. Ich hoffe bei euch, die Diskussionen sind nicht allzu groß. So, Herz gegen Kopf, ne. Wir schauen mal rein. Äh. Ja. Der eine oder andere, das sind die, äh. Also, was wir hier auf dem Tisch haben, sind die Beziehungen, Halbmond, der eine Ja, der andere Nein, ja, äh, wo der eine hier an der Beziehung arbeiten will, ja, wird mir hier gerade als eine Person von außen angezeigt, ja. Ja, der andere hat sich hier distanziert, getrennt, ja, das seid dann wohl ihr. Und, ähm, die andere Person, das, das Ja und das Nein, ja, einer wollte an die Beziehung, an der Beziehung arbeiten, und der andere sagt dazu, nein, ich hab keine Lust mehr drauf. Ja, das hat jetzt dazu geführt, dass der andere einen hier, äh, stalkt, beobachtet und kontrolliert. Was wird hier kontrolliert? Ja, wenn du mit mir nicht an der Beziehung arbeiten willst und dich von mir distanzierst, wo geht denn dann hier deine Leidenschaft hin? Gibt es da jemand anderen? Ja, das versuche ich jetzt rauszufinden. Denn wenn es da keinen anderen geben würde, wärst du ja wohl bereit gewesen, mit mir an der Beziehung zu arbeiten, ja. Ich finde raus, ob es da wem anderes gibt. Upsi! Ja, dann wissen wir, was hier Haupttenor ist. Ich wisst, ihr wisst, ne, ich hole hier immer den Großteil in den Allgemeinlegungen ab, ja. Und der Haupttenor ist hier tatsächlich Halbmond in Beziehungen, ja. Ja, also der eine ja, der andere nein. Emotionale Schwankung, ja. Der eine will hier festhalten, der andere nicht. Ja, und, ähm, hier wird man gestalkt oder es wird hinterhergefahren, ja. Ja, es wird versucht herauszufinden. Man guckt hier quasi, geht hier nicht in die, äh, Reflexion, ja. Man guckt hier nicht die Eigenanteile an. Man, äh, geht hier davon aus, dass, äh, jemand anderes trägt Schuld daran. Dass man hier halt eine Alternative hat, ja. Und mit dieser Alternative hier jetzt, ja, das Feuer der Leidenschaft entfacht, ja. Und dass man deshalb hier keine Lust mehr hat, an der Beziehung zu arbeiten. Und dass daher die Trennung beziehungsweise die Distanz resultiert. Okay, dann gucken wir mal. Du hast dich so verändert, ja. Du hast dich so verändert. Und das, äh, liegt nicht daran, dass du irgendwie Zugang zu deinen Wünschen, Bedürfnissen und Sehnsüchten hast, ne. Ja, 24. Sondern das liegt daran, dass es hier jemand Drittes gab, der da mit reinfuscht. Ja, hier ist die gleiche Karte, ne. The World, das Internet, ja, World Wide Web und hier auch. Ich gucke im Internet nach dir. Ja, ihr Hübschen. Mir wird hier ein bestimmtes Schlagwort durchgegeben und das heißt Standortmeldung. Achtet drauf, ja. Also, wenn es tatsächlich eine innere Distanzierung ist und ihr mit dieser Beziehung noch nicht aufgeräumt habt und ihr euch in einer Affäre ausprobiert, ja, dann achtet auf eure Standortmeldung. Vielleicht werdet ihr auch andauernd angeschrieben, wegen Kleinigkeiten. Wenn der andere wissen will, ob ihr überhaupt antwortet. Ja, hier ganz genau. Ast der Schwerter. Das heißt, ihr werdet vielleicht auch über WhatsApp, SMS, E-Mail, whatever, ja. Insta, da gibt es ja jetzt mittlerweile so viel, ne. Ähm, hier, angeharscht, ja. Hört vielleicht jemand nicht auf, euch mit Nachrichten zu bombardieren. Ja, ganz genau. Ach, Göttchen. Ja, aber die zwei der Stäbe, ne. Das liegt an der Energie, die ihr aussendet, ja. Es muss also quasi noch nicht mal so sein, dass da tatsächlich etwas bei euch ist, ja. Es kann auch einfach nur sein, dass ihr hier schon seit längerer Zeit, ja, Gefühlsschwankungen habt, ja. Also sich eure Gefühle halt schon seit längerem verändern, ne, ja. Weil das liegt an der Energie, der Distanzierung, ne, der inneren Abwesenheit, der emotionalen Abwesenheit, ja. Die dafür sorgt, dass hier jemand übers Internet komisch wird, ja. Also, ja, es erschöpft euch auch, ne. Ihr empfindet das als extremst anstrengend. Das ist... Anstrengend für euch. Ja. Und das ist euch hier auch zu anstrengend, euch da hier, äh, versöhnlich zu zeigen, ja. Und da immer wieder ein liebevolles Kächen zu geben, ne. Also hier immer wieder für Frieden zu sorgen, ja, den anderen hier zu beruhigen. Das ist, äh, kostet euch echt Kraft und Nerven, ja. Ja. Es kostet euch, euer eigenes Ding zu machen, ja. Hier mal dieses Wochenende euer eigenes Ding zu machen. Muss gar nicht sein, ne, dass das irgendwie eine Affäre ist oder sonst irgendwie was, ja. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur ein Mädelswochenende machen oder sowas, ja. Aber es geht einfach nicht, ja, weil jemand hier in einem absoluten Kontrollzwang ist und euch hier ständig übers Internet anteasert, ne. Das geht euch so auf die Nerven, ja. Geht euch hier total auf die Nüsse. Na, ihr versucht hier, diese Person zu beruhigen. Aber, das ist hier hart an der Grenze, ja. Und das ist hier auch eine Situation, die dazu führt, dass sich eure Gefühle verändern, ja. Und ihr echt überlegt, ob ihr daran noch länger festhalten wollt. Weil das, ähm, ist einfach viel zu anstrengend für euch, ja. Ist viel zu anstrengend. Ja. Das ist aber schon so ein bisschen Affären-Situation, ne. Oder wenigstens etwas, ja, wo ihr eurer Leidenschaft hier mal wieder folgt, ja. Und ihr deshalb dann halt mal ein Wochenende getrennt seid, ja. Eurer Leidenschaft in welcher Form auch immer, ne. Bei dem einen ist es einfach nur ein Angelwochenende und der muss hier alle zehn Minuten antworten. Ja, findet hier einfach keine Ruhe, ne. Bei dem nächsten ist es ein Mädels- oder Männerwochenende, ja. Und wird hier alle zehn Minuten angeteasert und findet keine Ruhe. Und wieder bei dem nächsten ist es hier tatsächlich eine Affäre, ne. Das ist ein absoluter Kontroll- und, äh, Stalking-Energie. Ja. Das ist ja total an euren Nerven, ja. Also diese Person, ähm, versaut euch hier definitiv das Wochenende, ja. Also dieses ständige und andauernde Angeteaser, ähm, bereitet hier wirklich, ist einfach mega anstrengend, ne. Ist mega anstrengend und, äh, kostet und zerrt hier wirklich an den Nerven, ja. Ja. Ritter der Schwerter, hier ist nur, das ist eine ganz, eine krasse Geschwindigkeit, ja. Hier ist wirklich schnell und viele Nachrichten, ja. Und, ähm, das löst hier wirklich negative Emotionen in euch aus, ja. Und ihr müsst euch hier wirklich zusammenreißen, ne. Also hier die Emotionen erden, ja. Um euch da noch versöhnlich zu zeigen, weil das einfach mega anstrengend für euch ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, es sind wieder so Energien, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, ihr Hübschen, ja. Ich bin da so ganz anders, ich bin da, ich bin da sehr, äh, geerdet, ne. Ich würde dann klipp und klar sagen, also pass mal auf, Schätzelein, ja. Hier ist jetzt ein Mädelswochenende und, ähm, ich denke, das kannst du mir auch mal gönnen. Ich lege das Handy jetzt beiseite. Punkt. Ja, und dann würde ich dieses Wochenende das Handy nicht mehr vorholen, ne, weil da, äh, ne. Da hätte ich ja gar keine Böcke drauf. Na. Das ist nichts für mich. Aber hier ist so angezeigt, ihr macht das, ne. Ihr, äh, versucht diese Person hier zu beruhigen, ne, bei Laune zu halten. Aber es ist einfach mega anstrengend und belastend für euch, ne. Ihr macht so, ähm, ganz ruhig, Brauner, ja. Oh mein Gott, braucht diese Person hier viel Zuwendung. Was stimmt denn hier nicht? Verrückt. Es sei denn natürlich, ja, dass es tatsächlich eine Affäre ist, ihr Hübschen, ja. Also dann, ähm, braucht diese Person einfach einen Tisch, ja. Und dann drücken die Energien hier auch rein, reinen Tisch zu machen, ja. Weil nämlich dann dieses, äh, dieser Spagat hier einfach viel zu anstrengend ist. Ja. Weil hier kriegt man, hat man keine Ruhe, ne, hier wird man auch nicht in Ruhe gelassen. Na ja. Dann agieren wir nochmal zusammen, würde ich sagen. Da haben wir, wo ist denn überhaupt das? Ach ja. Lennomo. Zwölf. Ja, da haben wir schon. Unruhe, Hektik, Sorgen, viel, ne. Ne Menge. Hier haben wir eins, zwei und zwanzig, ja. Ja, da hat man hier geschaut, ne. Man hat hier die Wahlmöglichkeit. Man hat hier mehrere Optionen, zwischen denen man sich entscheiden muss, ja. Und, äh, dann hilft die Entscheidung hier, weil der eine hier, jetzt wieder, ne. Ihr wirst Übertreibung veranschaulicht, weil der eine hier total abfuckt. Und einfach nur noch anstrengend ist. Das hilft dann hier dabei, äh, eine Wahl zu treffen und sich zu entscheiden, ne. Ja. Hier unten haben wir drei. Da haben wir schon die Dreier-Situation, ja. Ne, man hat das ausgesessen. Man hat hier die Sache einfach laufen lassen, ja. Hat hier keine Entscheidung getroffen. Und jetzt gibt es hier eine Entscheidungshilfe, weil einer aus dieser Dreier-Kombi total abfuckt. Aber richtig, ja, vom Allerübelsten. Und hört auch nicht auf damit. Und das macht einem die Wahl dann natürlich leicht, ne. Ja, also wird es hier um die Leidenschaft, ja, nicht eines Hobbys, sondern einer Affäre gehen. Ja, man hat sich emotional distanziert, tankt sich an einer anderen Stelle auf, wollte die andere Situation nicht loslassen, hat den Sommersonnenwendepunkt ignoriert, ja. Hat es ausgesessen und laufen lassen und jetzt, ähm, geht dieses Spagat einfach nicht mehr, ja. Weil hier eine der drei Personen vom Universum geteasert und nicht in Ruhe gelassen wird. Das heißt, das Gefühl lässt diese Person auch nicht los, ja. Und diese Person schickt hier, bombardiert einen hier mit einer Nachricht nach der anderen. Und die Belastung, ja, die emotionale Belastung, dann geerdet zu bleiben und die Person immer wieder zu beruhigen, die erschöpft sich gerade, ja. Da ist man an seiner Grenze dieses Wochenende. Und, ähm, deine Ruhe zu bewahren, ist eine Entscheidungshilfe, ja. Die Gefühlslage hat sich hier nun mal verändert, ja. Jetzt handel irdisch, Wurzelschakra dementsprechend, ja, und verankere dich hier mit einer deiner Optionen. Ja, wie nenne ich denn jetzt das Orakel? Affären kosten den letzten Nerv? Na, mal gucken. Lasse ich jetzt gleich mal fließen. 22, 23. Schließe ich das Orakel, ne? 22, 23, ja, eine, ein Weg, ja, löst sich jetzt auf, ne? Eine Option fällt jetzt weg, weil sie hier einfach viel zu anstrengend wird. Und sich auch gar nicht beruhigen lässt, ne? Zumindest nicht an diesem Wochenende. Okay. Dann würde ich sagen, entlasse ich euch mal, wenn was ist, wisst ihr ja auch, wo ihr mich findet. Bis dann. So.